Willkommen zurück zu... Down You Valley! Inventar ist voll! Noch ein Donnerstag! Oh, ich brauche 20 Schleim. Sven, wo bist du jetzt? Ich sammle einmal kurz die Fischteiche ein. Kannst du 20 Käferfleisch mitbringen? Ich habe 7 Stück. Aus der Truhe. Ich muss in den einen Teich. Du musst jetzt Käferfleisch in den Teich tun? Nein, ich meine Schleim. Ich meine Schleim. Boah, Schleim! Und diese komischen Fledermausflüge. Käferfleisch haben wir auch 200. Und ich brauche auch Fledermausflüge. Ja, Fledermausflüge kriegst du. Wie viele brauchst du? 10. Oh, warum ist der Stein? 10. 20 Schleim. Hier muss der Schleim rein. Hier, wo sind die Fledermausflüge? Da, wo der Fledermausflüge ist. Hinten, links. Hinten, links. Ne, ganz links. Ganz links. Hinten, links. Hab ich Schleim? Hey. Oh. Gutes Schwein, er hat richtig abgetrüffelt. Richtig heftig abgetrüffelt. Zeit für neues Chimi. Was passiert jetzt? Wenn man Bock hat, mir in der Kanalisation zu helfen, wäre das echt cool. Es sind nämlich einfach sehr viele von diesen Käfern. Wo bist du? Kanalisation war es, oder? Dann einfach oben... Dings. Die durchgehen und da ist es dann. Warst du da etwa noch nie, Johan? Nee, ich war da tatsächlich noch nie. Warte, das ist gut. Ich werde einmal um diese Teiche hier kümmern. Ah, super, okay. Na gut, dann gehe ich mal nicht aus. Luau hat begonnen! Ach... Wollt ihr da hin oder wollt ihr nicht da hin? Nein. Nee, keine Zeit. Ja komm, Käfer hauen sich nicht von selbst. Ich guck nochmal, ob ich irgendwas ernten kann. Und dann komm. Wie viele? Nee, kann nicht sein. Blitzios ist es dann. Ja. Da drin dann... ...halt oben rechts. Oben links, Entschuldigung. Hier wollen wir nochmal rein. Ja. Oh. Oh. Hey, nicht nach unten links gucken, Leute. Nicht nach unten links gucken, ganz wichtig. Jetzt könnt ihr wieder. Habe ich getan. Ich nehme mal so ein Pferd mit. Komm ich auch. Das kann jedem mal passieren. Ist nicht so schlimm. Das kann auch jedem mal passieren. No! Ähm... Hast du es gefunden, Johan? Na, ich bin in der Kanalisation hier mit Krobus. Aber es geht nirgendwo weiter. Ja. Ähm... Hätte er ja bei der Statue oder? Ah, ja. Okay. Wer ist zum keine Frostfield? Hä? Du musst einmal mit Krobus reden. Ach so. Du musst einmal mit dem Duta reden. Okay. Okay. Ah, ich bin hier schon drin. Hier ist alles leer. Ah, eben. Ein bisschen was habe ich halt weggeschafft. Aber weiter oben muss da eigentlich noch was sein. Algesuppe habe ich eingesammelt. Algensuppe? Wow. Yummy. Wieder da. Ja, okay. Was... Was muss ich dann kaufen? Weil Krobus... Du musst nur mit ihm reden. Ja, ich habe die ganze Zeit mit ihm geredet. Und äh... Was erzählt ihr los? Dann musst du jetzt nochmal hingehen. Und dann geht das, glaube ich. Und wir haben jetzt geschafft, oder? Die Millionen sind fertig. Ich habe hier wild rumgeklickert. Das letzte Mal. Oh, ne Kiste. Was krieg ich denn hier? Da Kälte zu hören. Ich geh. Ah, okay. Es... Es funktioniert nicht. Ich bin ausgestert. Ach nee, es sind sowieso keine Maden mehr da. Verdammt nochmal. Ja, warte mal. Wenn Lua am Strand ist, kann ich nicht auf die Insel fahren, oder? Kap 13. So. Oh. Oh. Da muss man dabei bei ihm was kaufen. So. Wo bringe ich diesen Dark Talisman jetzt hin? Zum Zauberer? Da ist noch eine. Kann man die Eier hier aufmachen? Ja. Grün. Oh, hier sind noch zwei. Oh, okay. Erleicht. Äh. Du hast mich erschreckt. Ich bin ein bisschen verarscht und groß. Das machen wir nicht. Okay. Hey, dann kann ich ja auch Käferfleisch collecten, oder? Ja. Was anderes. Siehst du und äh. Bla bla bla. Wo geh ich jetzt hin mit dem Dark Talisman? Zum Zauberer. Du gehst am besten hier unten raus. Und der freut sich dann? Ja. Wer ist denn grad in den Minen? Ich. Etage? 15. Bei 10 gestartet? Also ich hab bei 15 gestartet. Dann starte ich mit 10. Hä? Ach, da ist der Turm. Wo ist denn mein Fleisch da? Ich hab 5. Eine Spiceberry. Wo ist hier denn? Hm, 6. Käferfleisch können auch die fliegenden Biester droppen, oder? Ja. Äh. Ah ja. Wann kriegen wir diesen Hutladen, der hier und so heruntergekommen aussieht? Ich hätte gern schicken Hut. Haben wir den nicht schon seit einem Jahr? Der sieht so aus, als würde er gleich zusammenfallen. Wahrscheinlich musst du deine Briefe mal lesen, dann schaltet sich das frei. Hab ich gelesen. Der Zauberer ist nicht da. Ja. Was? Der ist beim Luau jetzt, oder? Ah, ja. Das kommt rein. Das ist ein bisschen bitter jetzt. Hey, warum ist da keine Kugel drin? Oh nein. Push to Brum. Hey du Vieh. Die sind alle ja. Wow. Wow. Das ist... Pimo. Timo genießt noch die Farbe. Oh. Oh. Weil Alex gerade Push du Brummen gesagt hat. Oh. Ich wusste ich jetzt. Versuch Pimo zu erreichen. Ne, das war, wenn der Käfer hier angeflogen kam. Die Brummen auch so. Okay, dann geh ich jetzt auch nochmal in die Mine. Das letzte Pferd mit. Das letzte Pferd? No. Au. Was machst du? Timo angeln. Aber wir brauchen ja nur noch 33 Käfer. Ja, ich will ja sowieso Kampf leveln und und so weiter. Wo ist denn jetzt niemand? 25. Hier ist ein Pflegevieh. Geil. Hier kommen die ganze Zeit Fliegeviecher an. Ja, bei mir ist jetzt... So, wo bist du jetzt Manu? Vergast. 18. Können wir einmal resetten? Ne, ich habe gerade den Muff hier. Da kommen ganz viele Fliegeviecher. Okay, wenn du soweit bist, können wir dann einmal resetten, weil dann haben wir fast alles. Okay, der Muff ist weg. Mist. Da ist noch ein bisschen. Ich habe 17 gesammelt. Mach nicht reingehen, Sven. Geh rein. Hä? Was? 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 Ja. Gutt. Ja. Machen wir jetzt hier in 15 und 20 starten. Wer möchte wo? Sonst ich. Mache ich wieder 10, oder? Ja. Und 1. War das dein erstes Käferfleisch oder was? Ja. Das ist auch ein Flott. also ihr tiger schleime morgen bin ich wieder da für euch heute töte ich eure niederen kumpan was geschafft ja sehr gut L2 Gute Leute sehen Was bedeutet, dass du nicht gut wohnst? L2 1 Was kriegt man dafür, Johan? Also 1, 2, 1 Okay, eigentlich 8 3, L2 Keine Ahnung, wer kann denn so zählen? Nein, noch keinen gedroppt Uh, uh, noch einer Und was geht bei dir so, Evi? Yes Ich hab grad die Reusen gehört Nein Irgendwie ist da ein Fragezeichen Bei Willi, ne? Da muss das Käferfleisch ein Was ist das? Das hab ich vergessen mitzuzählen Aber hier hab ich glaube ich gerade 2 gekriegt Und dieses Etage Kleini Wir haben ja schon längst Wir haben ja über 100 93 93 Ja, nein, ich meinte Man kann das ja schon längst abgeben Weil wir eben mehr haben Achso, ja, das kannst du schon mal machen, wenn du willst Aber dann freundest du dich womöglich mit Willi an Ich glaub Sebastian das so gut findet Sebastian, der Emo da eben auf unserem Hof stand Ja, keiner kommt Genau der Ja Er steht manchmal vor meinem Haus, ne? Hat er Doppelkopf? Hehehe Spielt gern Rollenspiele Ähm Doppelkopf hab ich noch nicht nachgefragt Ja, mal sehen wann wir Doppelkopf schaffen Seit morgen Oder ob das Trinken doch wieder dazwischen kommt Wenn man's Hehehe Das kommt immer dazwischen Ich mein, man kann ja auch Doppelkopf betrunken spielen Man hat mal meistens irgendwie so Aber Hey, da ist ja unendlich Kupfer Uh, das nehme ich mir Kommt das bei dir gerade? Wieso Timo ist nicht da? Wieso Timo ist nicht da? Wo ist Timo? Timo ist angeln, glaub ich Äh, ich bin da Ich organisiere grad unseren Weinschuppen um Hm, Wein Sehr gut Machst du das nicht, Manu? Was denn? Dass du die ganze Zeit hinter mir herläufst und nur auf die Steine klopfst auf die ich aufgekloppt habe und die anderen stehen lässt Hä, mach ich gar nicht Doch Neee Doch, so war das Neee Du hast angefangen Oben war der Klapper übrigens Warum sagst du das nicht gleich? Blöd Ist mir auch erst eben wieder eingefallen Das sind verdammte Fische Guck, guck, guck Du, du, du hast gefangen Ja, du hast es geschafft Das ist schon vorbei Wo ist schon zwölf? Das ist wahrscheinlich schon mehr Das ist nämlich in dem Moment vorbei, in dem ich das abgegeben hab 3000 Gold Wohoho Das ist egal wieviel du vorhörst Du musst locker lang Ey, ich will auch Kupfer loswerden Schaff ich das jetzt noch die anderen Kupfers? Ne, schade Wo kommen denn Forage-Items jetzt rein? Ins Bett Erstmal muss alles ins Bett Jetzt, schnell Kann doch noch nicht so schnell Forage, komm in die Forage-Kiste Was ist denn die Forage-Kiste? Da hast du Pilz drauf abgebildet Achso, ich dachte, okay Riechen Morgen Ah, hier kocht irgendjemand in der Nähe, ich krieg richtig Hunger Ja, bei uns auch Das ist super bei uns in der Nähe Ne So Heute haben wir ein Quest erledigt Das war wenigstens ein erfolgreicher Tag Morgen geht's wieder los mit dem Dilemma und den Tiger schleimen Uh, ich hab Mienarbeit gelevelt Uh Nice Nice Die Edelsteinbeere hat Fettkohle gebracht Ja, dann wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao